so hallo und herzlich willkommen zu einem neuen let's play und ab heute werde ich fable the lost chapters dem ersten teil der fable reihe let's playen für euch auf meinem kanal und ja das spiel ist sehr sehr alt ja was heißt sehr alt aber schon ein paar jährchen hat es auf dem buckel aber doch muss ich sagen dass es für ein rollenspiel sehr genial gelungen ist und ich habe jetzt hier schon ein profil erstellt noch nichts daran gespielt bloß das problem ist wenn ich jetzt das weiterspielen klicke dann stürzt das spiel ab während der aufnahme deswegen mache ich kurzen cut schneidet euch das intro rein das habe ich noch mal extra aufgenommen und dann geht es sofort weiter tief in albians wäldern lag die kleine stadt orcwell unverändert vom lauf der zeit und unberührt vom schwert hier lebt ein junge und seine familie ein junge der von größe träumte davon ein held zu sein manchmal stellte er sich vor ein edler ritter oder ein hexenmeister zu sein gelegentlich träumte er davon ein böser krieger zu sein aber in seinen träumen von größe hätte er sich nicht vorstellen können was die macht des schicksals für ihn vorgesehen hatte los zeit aufzuwachen schon wieder tagträume ja ganz wie die mutter geistig immer abwesend los tu was vernünftiges und such deine schwester ja sie spielt am tor des grabhügelfeldes vergiss nicht du hast dir das geburtstagsgeschenk noch nicht gegeben sag nicht du hättest noch keins für sie tja diesmal haue ich dich nicht raus mein sohn ich sag dir was du bekommst ein goldstück für jede gute tat in und um oakvale das sollte für ein geschenk eigentlich genügen bewegung und schön ärger aus dem weg gehen okidoki so was ich noch nicht erwähnt hatte ich habe das spiel schon des öfteren gespielt durchgespielt auch mit allem möglichen und wie man im intro vielleicht nebenbei mitbekommen hat man kann hier während des spielverlaufes während der story sich entscheiden ob man gut oder böse sein möchte das heißt es wirkt sich dann auf das äußerliche aus und genau auf die reaktion der anderen leute so wir können hier rumlaufen die steuerung ist ganz angenehm muss man sagen kann hier ein paar hühner treten hast du ein schönes geburtstagsgeschenk für deine schwester zur erklärung grüne leute sind immer aktionen also die quests für euch haben und die lilanen sind eigentlich eher unwichtig und wir haben also ich habe mich entschieden oben rechts sieht man dass wie viele gute tat man schon vollbracht hat ich werde aber sehr böse werden in diesem spiel ich möchte nämlich mal ausprobieren was passiert wenn man wirklich extrem böse sachen macht ich muss heute ihre füllung wechseln und ich kann sie nicht finden hilfe bitte sie ist ein hübsches kleines bärchen mit einem blauen flecken auf dem feld russ okay die werde ich natürlich nicht dir suchen hier gib ihm man nicht so gemein sein okay ja okay passt schon und unten links sieht man jetzt wie man immer wieder böse punkten bekommt aber da wir noch ein kleiner mängel sind und noch nicht strafbar sind kriegen auch kein ärger dafür ja ich glaube böse können wir nicht werden durch die hier doch können wir egal wie jetzt auf jeden fall weiter wenn kann man hier genau so was geht hier noch ich bin händler ich ziehe herum und kaufe und fack ein kleines mädchen sagte ihr hättet eine schwester und ihr hättet anscheinend hast du noch kein geschenk für sie zufällig habe ich hier eine schachtel mit leckeren süßigkeit ihr freund garantiert jede schwester und das okay wir müssen drei goldstücke haben wir aber natürlich nicht nicht vergessen okay man kennt uns schon ich hörte dass du schlimme sachen angestellt hast das stimmt gegen eine person oder personen ohne erlaubnis des wächters verhalten ist nicht akzeptabel was wärst du älter würden dich die stadtwächter festnehmen und aburteilen ja ich bin aber noch nicht älter ob sich dieses verhalten lohnt junger freund ich will es jetzt mal dabei belassen aber denkt über meine worte nach mache ich so was können wir denn für wo dann taue nichts von einem mann steckt das weiß ich da ich das spiel schon gespielt habe also leute tut mir leid falls ich jetzt nicht euren erwartungen nachkommen und das spiel pleinspiele sondern sieht es vielleicht auch so ein bisschen als walkthrough ich weiß nämlich schon alles was ich machen muss und blablabla kleine schütteltäubchen ja kleiner fremdgehr wixer egal wir sind auch böse ja hast du gut gemacht dein freund hast du verstanden als eine frau ist mit den kindern daheim und ich bin angeblich bei der arbeit ist glaube ich sagen sollte tun und lassen können was er will richtig wenn du dieses kleine geheimnis bewahrt gebe ich dir ein goldstück ok ihr sein bestechungsgeld und begeht eine bilde tat natürlich hier nimm das goldstück ich rate dir binde dich nie an eine einzige frau ja guter rat erst mal was ist nur aus der welt kinder belästigen einem helllichen tag los doch wir sind schon richtig böse ich merke schon ich habe es richtig im blut ich bin richtig richtig böse so mit das gold tun wir uns auf andere arten machen einfach nur böse sachen wir können jetzt tatsächlich auch noch der frau ja ist okay passt 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 ich weiß ja was los ist so ihr können wir jetzt noch verraten woher man das machen wir aber nicht weil wir böse sind wir wollen keine gute tat machen müssen wir wahrscheinlich aber im verlauf der story aber wir versuchen möglichst böse zu werden dem himmel sei dank hör mal junge kannst du mir einen gefallen tun natürlich ich muss dem ruf der natur folgen bleib hier und bewacht diese waren für mich ja okay stell dich einfach zwischen die zwei stapel und reg dich nicht vom fleck das klar ich lege ein gutes wort für dich ein wenn ich wiederkomme also es dauert nicht lang ja gutes wort brauchst du für mich nicht einlegen ich mir reicht's wenn ich böse bin mein fetter sagt in den fässern dieser lagerhäuser könnten tolle sachen sein echt schnell zerbrummer die fässer während er weg ist und guck rein ja mach mal oder weißt du keine angst hast weißt du nicht mal eine große häuser nein bin ich nicht komm schau mal gleich mal nach was ist hier drin ja alles klar bam nix ist ja langweilig war ja genau für dich warum so war er ist voll lustig und wo ist das denn da habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht die das jetzt so einfach geht es alles klar so ich spiele gerne aus dieser hohen perspektive nicht aus dieser nahen weil ich hier dann höheres sichtfelder und das taugt mir ganz gut beim kämpfen störe ab ich ließ kabel wie ich jetzt mal hier noch nix war auch ein krabbel wie ich nein wir haben keine böse ja und mal ab oder noch eine mit geben alles klar so der ist uns gar nicht böse das ist schon gewohnt verarscht zu werden so ich 2 gold alles klar ich höre ständig von deinen untaten sollen wir mal rekapitieren zerstörung des persönlichen besitzen ablehnung von wachdienst trotz höflicher anfragen höflich ja gewalt gegen eine person oder personen ohne erlaubnis des wächters beteiligung an ungehörigem benehmen unter mann und frau ist dir klar welchen ärger du bekommen würdest wenn du nicht so klein wärst geh jetzt und macht keinen ärger mit das ist so geil man kann jeden scheiß machen und dann kriegt einfach kein ärger dafür die sagen zwar immer was aber es passiert einfach nichts was geht ab bei euch hier komm holt ihn weg von mir er geht durch die stadt und verhaut alle die kleiner sind als er aber du siehst kräftig aus ich wette du könntest ihn endgültig verjagen das will ich aber gar nicht ich bin auf seiner seite alles klar bam junge oh nein zuerst war dieser junge gemein zu mir und jetzt haust du mich auch noch ich und emily wollten doch nur mit rosie spielen alles klar ich weiß nicht was ich getan habe sag mir jemand was ich getan habe sieht sie den bösen blick in unseren augen wenn du mich dann in ruhe lässt ah teddy wäre ja den geben wir ihr natürlich nicht mehr warum spielst du mit kinderkram und kleinen mädchen ich kriege immer hier nachrichten wenn mich jemand auf youtube abonniert gerade ist es thomas möllinger sei gegrüßt thomas oh vögelein so lala aber was können wir denn noch böses machen wir brauchen 3 gold um das geschenk dazu kaufen irgendwas böses müssen wir noch machen können wir brauchen 3 gold für die pralinen und die pralinen müssen wir kaufen wir brauchen ein geschenk für die Miststück Miststück ich bin kein Miststück ich bin voll brav und so so boah ich war noch nie so gemein in diesem spiel aber es macht Spaß ach sprich mir den an vielleicht gibt was willst du ich habe gerade mit diesem er hat mit meiner schwester und ihrem blöden teddy gespielt und das gibt er ihn mir nicht weil ich gesagt habe ich würde seinen blöden kopf abbreiten ich habe ihm gesagt wenn er nicht tut was ich sage mache ich ihm die hülle ok ne ich schlage ihn jetzt nicht weil ich glaube dann begegne eine gute tat und das wollte ich natürlich nicht ich will ja schließlich nur böse oh gott ja ist okay jetzt so da hinten können wir nichts mehr machen hier können wir nichts mehr machen ja ok wir können eine gute tat also ehrlich wo steckt mein tauge nichts von einem mann wir könnten jetzt rosie geben ich finde schon wieder fast zu gut die tat ich könnte natürlich auch alternativ ihr sagen dass ihr mann ok das ist lustiger das machen wir wo steckt mein treuloser faul ist bestimmt wieder bei so einem weibsbild ach so recht den haushalt erziehe seine kinder und was habe ich davon nicht sag mir bescheid wenn du ihn findest ja wirklich also aus dem mache ich balverine futter danke junger herr für die information ach scheiße jetzt habe ich eine gute tat vollbracht egal warte bis ich den lump in die finger kriege es gibt mir halt den verkackten äh die verkackte münze hallo ich brauche geld ich kann mir sonst nichts leisten ach so ich kann es mir stimmt ich kann es mir jetzt abholen bei meinem daddy hi dad was geht ab ich war voll brav und so hm ich stehe zu meinem wort aber wenn du glaubst ich dulde deinen unfug jetzt dann hörst du dich sie bitte zu dass du keinen ärger bekommst tu es für mich du hast also genug geld für ein geschenk bitte ah das klärchen pupärchen so ich war voll brav erstmal krumm kicken boah ja stirb so weiter geht es im text ich glaube ich werde immer so 20 minuten folgen draus machen 20 bis 30 minuten folgen weil das ist gut das kann ich dann jeden zweiten tag hochladen und dann habt ihr mehr davon und ich habe mir jetzt auch überlegt minecraft jeden tag also jeden tag hochzuladen wenn das so funktioniert wäre das ganz toll was mache ich hier überhaupt ich glaube einfach nur dumm rum weil ich mich nicht konzentrieren kann gleichzeitig zu reden und zu spielen so du bist jetzt mal ganz leise und gibst mir die pralinen wünscht eurer schwester alles gute zum geburtstag ja dankeschön so und falls es mit dem ton noch nicht ganz passt ich habe jetzt ja das neue mikrofon ähm wer es vielleicht schon mitbekommen hat und ich muss das noch ein bisschen abtesten hier mit dem sound und so ähm wie das dann am besten passt und ja genau so jetzt schauen wir mal zu unserer schwesterherz zu unserem schwesterherz oh vögelein hallo ich kann einfach nicht widerstehen ich kann nicht widerstehen ach das ist echt schlimm ich hab einfach so ne so ne Durst danach einfach irgendwelchen unschuldigen menschen weh zu tun so was geht ab schwesterherz hallo ich hoffe du hast nicht wie letztes jahr vergessen was für ein tag heute ist nein tut mir leid wenn ich dich gestern nacht geweckt habe es war wieder so ein traum ich stand auf diesem feld als was passierte aber ich weiß nicht mehr was aber egal ich warte immer noch auf mein geschenk ach ein moment ich hab kurz was getrunken äh die geben wir natürlich ich wusste ich würde pralinen bekommen genau wie in meinem traum was ein zufall los wir gehen nach hause mutter wird jeden moment zu meiner feier kommen oh das wird schon wieder so erstmal feiern gehen lo warte irgendwas ist hier faul räume uncool es geht tatsächlich los sie sind da haben wir gut synchronisiert springen weiter das war mal ein guter treffer genau das spiel ist übrigens ab 12 ja das spiel ist übrigens ab 12 meine freunde zwischen sequenz das böse war nach orkwell gekommen räuber metzelten und verbrannten alles was ihnen begegnete blutrote flammen erhellten die nacht während die dorfbewohner schreiend um gnade flehten doch bald lagen ihre leichen in den straßen dann erreichten die angreifer das letzte haus wo ein junge mit seiner familie lebte wegen dieser familie hatten sie das blutbad angerichtet der vater kämpfte hart für die seinen doch er war kein krieger und fiel tödlich verletzt die räuber suchten überall im haus fanden den jungen aber nicht weder folter noch drohungen lösten die zungen seiner mutter und schwester und die wütenden angreifer entführten beide aus dem wald sei der junge wie ihm alles genommen wurde was er kannte und wie sein ganzes leben in blut und asche aufging er war allein allein geniale story muss man mal dazu sagen was ich außerdem noch mal erwähnen dürfte darf mach das spiel ist ab übrigens ab zwölf jahre und wir sehen könnt ist es sehr sehr krass dafür muss ich sagen das aber auch vollkommen egal denn ich bin 16 und ich habe vor sowas natürlich keine angst so leider also wie ihr in der zwischensequenz erfahren hat brennt die stadt wir durften mit angucken wie alle unsere bekannten leute die wir vorhin im schönen oakvale gesehen haben gestorben sind mal schauen was uns jetzt erwartet im brennenden bot papa papa nein wir müssen weg hier ist es nicht sicher sie sind alle tot du möchtest doch wohl nicht auch so enden oder natürlich nicht dann reich mir deine hand nimm sie nimm sie tu es du hast keine chance sehr gut und verschwunden oh gott es speichert automatisch ich hoffe es hängt sich nicht auf sehr gut hätte nicht gedacht dass dir das auf den mal erst mal kotzen ne na los erstmal voll eskalieren ne mit mir willst du nicht kämpfen doch ok vielleicht nicht aber ich habe dir gerade das leben gerettet ok in oakvale gibt es nichts mehr für dich wärst du geblieben wärst du jetzt schon tot wie der rest von ihnen komm mit mir alles klärchen do it ich bin maize vorsteher der helden gilde du hast bestimmt schon davon gehört du findest in ganz albion keinen sicheren ort oder ein besseres zu hause falls du nach vergeltung trachtest brauchst du das training das nur wir anbieten die helden gilde epischer moment wir sind da ich werde dich dem gilden meister vorstellen er wird von jetzt an dein lehrmeister sein boah nice ey super geil wir haben so geile boxhandschuhe ich habe einen neuen schüler für euch er kann sich das zimmer mit dem mädchen teilen ihr seht mir nicht gerade nach einem zukünftigen helden aus aber maize weiß wohl was er tut tja also dann folgt mir okido folgen die natürliche bewegung erstmal gerade aus sofort nach links ihr teilt diesen raum mit whisper einer unserer klügsten schülerinnen sie spielt momentan im wald aber ihr lernt sie morgen früh bestimmt kennen aber jetzt solltet ihr erst einmal schlafen euer training beginnt morgen alles klar ja extrem emotional und traurig ja ich kann das irgendwie nicht so rüberbringen zeit zum aufwachen ihr müsst mein zimmergenosse sein natürlich kleiner als ich dachte was mein sie jetzt meine größe oder meine größe ich bin immer für mich allein aber na gut wisst ihr dass ihr im schlaf redet hört er sich nach einem albtraum an das geht vielen in der ersten woche so manche halten nicht mal so lange durch na los doch jetzt mal tempo der gildenmeister wartet im kartenraum auf uns ihr wollt doch nicht schon am ersten tag zu spät kommen folgt mir ach hm der gildenmeister hatte wohl keine lust mehr zu warten er ist wahrscheinlich auf dem trainingsgelände jenseits des flusses auf geht's das hat die gerade mit ihrem kopf gemacht habt ihr das gesehen ich spiel es im video nochmal zurück als sie runter gelaufen ist so alles klar alles klar 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 also ich würde sagen das war es für den ersten part ich werde es direkt weiter aufnehmen ups und mal gucken wie das funktioniert mit dem ähm ähm äh wie sich der ton anhört und speichern kann man mal nicht unter spiel ne oh optionen hellenspielstand so genau so kann man laden äh speichern und dementsprechend auch laden ähm alles klar also wir sehen uns dann im nächsten part wieder tut mir leid wenn es im ersten part die soundqualität noch nicht so exakt perfekt war ähm im nächsten part wird es besser sein haut rein leute ciao